Jürgen, was ist da mit dem Pegel los? Was ist denn? Digga! Was ist denn mit dem Pegel los? Digga! Jürgen, was ist denn mit dem Pegel los? Digga! 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 I love you! Ich klinge das renn! Fett Jetzt waren beide noch im Boot Hast du sie gesehen? Digga! Digga! Da ist keinches! Warmer Tag! Da Sonderart geschienen! Warmer Tag, Sonne hat geschehen. Das wäre jetzt auch schwer. Der hat Zorbe und Annicke, die sollen hier einsteigen. Der hat schon zweimal Räderbrücke gefahren. Seine letzten Runde wurden wir voll von dem Pegel überrascht. Junge, Junge, Junge. Ich weiß nicht, ob es am Kraftwerk liegt. Heute war ein sonniger Tag. Es kann auch daran liegen, dass es... Vor allem, wenn du nicht damit rechnest und dann auf einmal. Das war ganz schön doll. Wir sind ganz normal den Racecourse gefahren, sind eingestiegen. War so 1,96. Und dann waren wir auf dem flachen Stück, sind da kurz angehalten. Dann bin ich weitergefahren. Und dann hatten wir auf jeden Fall sehr viel Meerwasser auf einmal und haben das nicht gemerkt. Und ich würde sagen, sonst würde ich nicht fahren bei dem Pegel. Der Pegel ist danach auch direkt wieder runtergegangen. War eine schöne Überraschung auf der Wellerbrücke. Ja, vor allem innerhalb von so, keine Ahnung, einer halben Minute ist es so krass gestiegen. Von eigentlich gut fahrbar. So 1,96 ist ja ein okayer Pegel. Zu 2,10 Meter eigentlich nicht mehr fahrbar. Aber wir haben es alle überlebt. Wir sind auch ganz glücklich jetzt. Ja. 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 Ja.